Guten Tag, liebe Zuschauer. In ein paar Tagen ist es wieder soweit. Weihnachten steht vor der Tür. Gerade in diesen schwierigen Zeiten ist es wichtig, dass die schmerzlich vermissten Weihnachtstraditionen wieder aufleben und das Vertraute miteinander wieder gelebt werden kann. Weihnachten ist die Zeit für ein offenes Ohr und für die Bedürfnisse der anderen. Zeit zu schweigen, zu lauschen und in sich zu gehen. Nur wer die Ruhe beherrscht, kann die Wunder noch sehen, die der Geist der Weihnacht den Menschen schenkt. Genießen Sie die Momente der Gemeinsamkeit und denken Sie daran, es sind die kleinen Dinge, die Großes in den Herzen bewirken. Ich wünsche Ihnen und Ihren Familien jeden Tag ein bisschen Glück, Gesundheit, friedvolle Tage und eine wundervolle Weihnachtszeit. Das Ende des Jahres gibt uns auch die Möglichkeit, Danke zu sagen. Danke für das Vertrauen, danke für das gute Miteinander. Niemand von uns allein kann so viel bewirken, wie wir alle zusammen. Und ich wünsche Ihnen ebenfalls einen guten Rutsch ins Jahr 2023 und freue mich auf die kommenden gemeinsamen Projekte mit Ihnen. Man kann nicht in die Zukunft schauen, aber man kann den Grund für etwas Zukünftiges legen. Denn Zukunft kann man bauen. Und denken Sie daran, es muss von Herzen kommen, was auf Herzen wirken soll. Guten Tag.